Hallo Leute, ich bin's wieder, Charlie. Ja, heute mache ich mal wieder das Video. Ähm, und heute hat ja Marvins Kanal Geburtstag und deswegen wollte ich ihm alles Gute wünschen. Alles, alles Gute. Heute vor einem Jahr hat er nämlich mit YouTube angefangen. Und jetzt ist sein Kanal ein Jahr alt. Genau, das wollte ich euch sagen. Und ihm wollte ich es vor allem auch sagen. Also, wenn euch seine Videos gefallen und euch das Video auch gefallen hat, lasst natürlich wie immer ein Like und ein Abo für den Daumen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Tschüss!